Ein intensives Scheidungsdrama erwartet euch in der Opening Night von Heimspiel. Der Regisseur Xavier Legrand hat mit seinem Debütfilm nämlich nicht nur uns beeindruckt, sondern auch gleich mal in Venedig den Silbernen Löwen für die beste Regie abgesahnt. Wir freuen uns mit euch und dem nervenaufreibenden Publikumsliebling, dem Film Jusque à la Garde, in die Festivalwoche zu starten.